Und? Guten Tag! Oh, 32! Von her! Wir sind ja 50, oder? Wir sind ja alt! Ja, oder? Wer bist du? 30! 30! 30 ist alt! Willst du schon? Ja! Guck mal! Du hast ja schon viel abgewandt heute! Oh, was ist das? Ich denke sicher, ich habe ihn schon wieder getroffen! Warum ist das hier? 47! So, was haben wir hier? Er ist erstmal alles reif, von der Bomberland ist schon alles gefahren. Er ist gekommen jetzt. Er steht hin, das war, oder? Dann hat er ihn gekommen. das ist ja auch... Was ist das? Ebi? Kannst du noch so ein bisschen? Ja! Ist doch schon ein Hitflip für den Fuß, oder? Ja, ja. Ihr Hunde, ihr seid ja immer... Wir machen uns ja sowieso essen, oder? Der Hund, der ist ja auch in der Kräse zu spülen... Ja, dann machen wir doch mal kurz was ihr seht, ne? Ja, das ist ja Zeit. Wir wollen einfach mal mit der Hand. Wir wollen mal sehen, wie das hier so läuft. So, geht doch ganz entspannt hier. Och, alles okay. Ja. Ja. Ja.